Ich komm auch, Freunde! Kein Problem, noch Platz für mich! Mein Fahrer ist weggelaufen! Ja, Peter! Bist du schwieriger machen? Ja, wow, richtig schwer geworden. Oh, tschüss! Hey, what the fuck? Wo ist der Pool? Der hat nachher ein bisschen weniger machen. Nee, der kommt nachher! Das hat mich geschreddert! Bleib kleine, Viereck? Ja, alles klar, komm schon, warum nicht? Oh, scheiße, jetzt hatte ich den... Oh, fuck, ich hab vollkommen vergessen. Da unten? Ah, ja, ja, ich seh's! Natürlich! Da unten? Das war in Richtung zu beschreiben. Ja, aber ich weiß schon, warte mal, jetzt wir verstehen. Sepp immer blamend, wenn er sagt, da vorne oder vor mir. Weißt du, aber da unten ist cool. Ja, das reicht ja auch. Okay. Ich seh gar nichts mehr. Okay, dann mal springen. Ja, drei, zwei, eins. Alter, what the fuck? Wie auch so viel? Lippidi-Bubbel! Jetzt regnet's doch noch. Nein! Nein! Mann, ey, man sollte nicht die ganze Zeit üben, ey. Wo ist der denn? Das ist jetzt gar nicht so blöd. Wie genau willst du jetzt? Ja, Leute! Wer sitzt denn im Deck? Ich dachte, wenn... Ich dachte, wenn... Ich dachte, wenn... Ich dachte, wenn... Leute, wie du weggeflogen bist! Geil! Nein! So bin ich, ja. Wir müssen halt so tun, als wenn er krass wäre. Ja, okay. Pass auf, dann übernehme ich jetzt nur drauf. Oh! Alter, was hast du denn jetzt? Alter, ich bin mit meinen Eiern, volle Kanne, beinebreit, gegen so'n Ding geflogen, und gehe gerade beim Fallschirmspringen. Nice! Das sah recht lustig aus. Ja, ähm... Leute, ich stehe auf der Brücke und... Kennst du, kennst du diese Monorail-Cat? Ja. Eventuell stehe ich auch so. Kann mich nicht mehr bewegen. Oh, das hat aber nicht lange gedauert. Dann kannst du ja nicht mehr bewegen. Und ihr habt drei Sterne, also... Der ist hier doch... Safe! Sicher, dass der da ist? Ja! Der schluckt immer, wenn er... Wenn ich hier aufs Schiff gehe. Dann sagt er immer... Oh! 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 Vielleicht bin ich einfach ein guter Schauspieler, Sebastian. Wäre auch gut, aber andere Anhaltspunkte habe ich gerade nicht. Oder Peter hat einfach Kehlkopfkrieg. Ja! Das kann natürlich auch sein! Kommst du hoch? Da kommt nichts mehr, ne? Weiß ich nicht. Ich sehe die Kamera nicht. Nee, nee, wir sind durch. Peter! Na, gucken wir mal. Wir sind wirklich durch. Wir sind wirklich durch. Holy shit, ernsthaft? Okay, seht ihr jetzt Peter da bei dir? Ähm... Peter hat jetzt die Ehre. Ey, Leute! Geht einfach! Nein! Ja, aber das ist schon mehr gedacht! Ach du Scheiße, ich wusste nicht, dass da Panzer ist! Nein! Ne, war doch schon der Map von Panzer angefahren. Oh nein! Wo ist Peter? Leute, haben mich nicht gesehen. Ich hab die Map noch aus. Probier mal. Ja, die Fässer muss eigentlich hin. Nein. Nein! Die Steuerung ist so kacke in dem Spiel! Ah ja, ey! Ich lauf da einfach kral aus runter, wenn ich mich umdrehe! Ah! Boah, ey! So kacke ist das gar nicht. Bram! Christian! Stachel aus, ey! Jetzt fährt mein, jetzt fährt mein, nein, nein, mein Motorrad fliegt den ganzen Berg runter, boah, Christian, ey! Ja, halt da runter, ne? Über den Weg! Niemals, Bram! Lauf, Lauf, Schnittchen! Mach ihn auf! Oh, Bram! Bram ist gefallen! Ich bin, ich bin gegen Peter gelaufen und dann war ich halt in diesem Schorkel-Düb! Nein! Ist ja egal, wie man da hochkommt mit dem, mit dem Motorrad, ne? Welchen Weg, weil ich... Ja, das ist egal! Was ist los? Der hat einen Köpfer ins Wasser gemacht und ist dann so, weißt du, so wirklich mit dem Kopf auf den Boden aufgekommen und kurz stehen geblieben. Läuft! Ihr seht ganz viele Helis im Himmel und das Ziel heute ist es, gegen diese Helis zu fliegen und zwar mit einem Kunstflieger, der da vorne steht. Ich bin der Erste, der startet. Ab jetzt! Gar keine, gar keine Gefahr, was hier passiert, weißt du, drei Leute sind knapp. Ich flieg einfach hinter Peter her, dass er... Oh Gott! Oh Gott! Alter! Alter! Wie kann man so dumm sein, ey? Ja, das waren so 10 Sekunden. Alter! 15 tatsächlich. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, nice! Dankeschön, Jonathan! Ey, Peter! Warte, 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 warte! Hast du eine Bombe an dich herangebracht? Du fliegst doch direkt vor der Stadt, man! Alter! Schneller ging ja eigentlich nicht, außer du fliegst direkt in den Spawn. Das war jetzt schon echt so ein bisschen auf dem Silbertablett, muss ich sagen. Alter! Ey, ich wollte doch auf dem Silbertablett! Oh nein, Polizei! Don't do it! Don't do it! Don't do it! Fahr doch rückwärts! Don't do it! Fahr doch! Doch! Ja, nein! Oh nein, wow! Oh, wow! Boah! Ist das... Jetzt fährt er rückwärts! Oh, wie geil das ist! 3, 2, 1, Party! Party, Palmen, Weiber und Bier! Ich hab den zweiten Platz, Alter! Mit zwei Jungen bereit! Das ist ernst! Das hat nicht... Ich hab gedacht, ach komm, jetzt ziehst du es durch! Das schaffst du wohl über den scheiß Baum! Ich glaube, Controller, aber suck halt Balls! Ja, ich würde auch sagen, suck Balls, aber ganz schön viele hier! Ja, Alter! Nee, meine Lieblingsbreit der Beschreibung ist mittlerweile Krebse beobachten! Krebse sacken! Und währenddessen Balls sacken! Wow! Die heute mit dabei sind und wir nehmen mal wieder eine Idee von euch an! Oh! Oh! Fuck! Oh, du hast dich voll mit dem Tor angetreten, ey! Voll der Sisteeout, ey! Voll Objekt, Alter! Du hast schon 40 Kilo gespielt, ey! Voller Objekt, Alter! Bitte! Leute, hier kommt einer, ein Gegengarant! Brauchst du da gerade Fehler? Brauchst du da gerade Fehler? Brauchst du da gerade, Fehler? Bist du das? Ja! Das bin ich! No! Das bist du wirklich! Ich dachte mir gerade so echt so, wie nais ist, Peter? Ohne Scheiß, das hab ich ja erst gar nicht erkannt. Als ob ihr das einfach drüber fahren könnt. Kann ich auch? Kann ich auch? Scheiße. Also die Strecke war wie Sex ey, kurz und intensiv. Aber zwei Runden finde ich auch anstrengend. Wie beim Sex. Stimmt. Also ich würde das zweite damit schon geben. Und ich bin erster, das ist auch immer ganz wichtig. Wir wurden alle bezahlt und haben Erfahrungsgutze gekriegt. Schöne Sache. Oh oh. Oh! Der hat aber eine glitschige Kanne, Alter. Wahnsinn. Peter gegen Peter! Oh Gott! Ich hab das selbe Problem gehabt jetzt. Ich bin auch mit Peter komplett rüber geflogen. Scheiß ey, du darfst nicht zu schnell sein. Das war awesome. So ein Kacke. Das sticht einfach jedes Mal in mein kleines Herz. Du meinst die schwarze Rosine, die da hängt. Direkt alle drauf! Du musst ja jetzt nicht mein Herz beleidigen, den du deinen Hoden da beschreibst, ey. Dann find ich unbeleid. Ich hab lieber einen Rosinehoden als kein Herz. Da ist der Pia! Ich bin da vorbeigefahren. Und im Wasserplatz zwei! Dein Fahrrad ist oben geblieben. Ja guck mal, das ist der Masterplan. Ich kann weiterfahren. Alles klar. Jay, Jay muss mich wegmachen. Ja, das wird ja easy heute. Das haben wir ja schon mal... Oh Gott! Boah! Jetzt wird er runtergefahren! Jay ist leider dann auch noch zu schnell bei der Film, glaub ich. Was ist denn das denn? Okay, das war ziemlich geil. Mann, fahr mal rechts ran! Oh mein Gott, oh das war ich! Rechts ran fahren, hab ich gesagt! Ich muss links abfiegen! Ich muss links rein, nicht! Beschreibungsteil gesagt, run as fast as you can! Woah! Moment! Was tust du denn? Nein, ich hab Probleme mit der Steuerung. Nein! Jetzt mal... Oh. Hm. Okay, mal auf meinem Controller lag mein, lag mein Switch-Controller und der die ganze Zeit den linken Stick da links geht. Wir kommen hier nicht raus. Wir kommen hier wieder raus. Ich trete den Bollschläger eigentlich. Was ist das denn für eine Antipathie hier heute, Christian? Ich wollte doch nur wissen. Das haben wir aber auch versucht untereinander. Oh, schau. Der schnellste Ton ever, Alter. Wir hatten ja das gemacht jetzt gerade. Keine Ahnung, der war doch nicht mal aus dem grünen Ding hinaus. Ob ich bei Olympia starten will, das war doch kein Sprung, Jonathan. Nein, das war der super Sprung, Jonathan. Guck mal, Christian hat eine Hauptprobleme, da rauszukommen. Ich möchte mal kurz zeigen. Oh nein, ich Idiot. Nur noch du und ich, Christian. Warum denn? Gute Taktik auf jeden Fall. Oh oh. Oh oh. Ich lauf in der Luft. 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 Wer macht denn evil Ficker jetzt hier? Ja, lass evil Ficker doch zugucken, wenn er meint, dass er geil wäre. Ey Leute, halt's den Haul, du Hurensohn. Welche Taste war Reden Enden, was? Was suchst du, Bram? Die Möglichkeit, dass ich geil wäre. Ach genau, wo man den Wagen treffen muss, damit er mit einem Schuss explodiert. Der war schon spannungsgeladen, Jay. Wie er einmal Anlauf nimmt und dann einfach runter rinnt. Aber er ist jetzt einfach am Ende vorbeigelaufen. Ich glaub, das ist einer. Ich lauf dir mal hinterher. Ich glaub nämlich, da ist einer, dem ich hinterher laufe. Jetzt wartet der hier. Aber das Gesicht, das ist mir überhaupt nicht bekannt, aber das sieht viel zu gut aufgelöst aus. Am Arsch ist das gut gespielt. Wer ist das? Komm, ich fick dich, ey. Mach dich jetzt weg. Du bist einer. Ich krieg jetzt mal den voll auf die Schnauze. Christian war's. Alter, war das gut, Mann. Scheiße, ich hab mich an die falsche Ampel gestellt. Ich hab mich an die rote Ampel gestellt und dann dachte ich mir, fuck, wenn du jetzt rübergehst, dann gehst du aus dem Gebiet raus. Dann musst du dich bei der grünen Ampel in die andere Richtung laufen. Das hat mich nämlich auch gewundert. Ich hab 5.000, auf schwarz, mein ich. Also, wenn du 5.000 auf schwarz, ich hab 5.000 auf schwarz. Nice, Jay. Komm jetzt. Schwarz. Wie meine Seele, wie mein Herz. Woll ich grad sagen, ey. Hoppa. Hoppa. Komm. Jetzt kommt die Null. Bist du ein Offer, Jay. Jetzt. Schwarz. Ich will mit Jaynes Casino. Da war ich Null. Nein! Du kommst tausend verkackt, du schweiß. Ich hab 300 Chips gewonnen. Boah, Wahnsinn. Ich hab 400. Das ist Quatsch, Peter. Hallo. Hey, hey. Warum gibst du mir da direkt eine? Hey, das war ein freundlicher Schlag auf die Brust. War's aber ein Problem, ne? Ich hab versucht, hier hochzukommen, Christian. Es geht nicht. Wo denn da? Ja. Oh, scheiße. Jetzt war... Oh, genau. Ja, ich will nicht gar nicht von der Zeit aufhalten. Ich glaub, du bist vor. Drei, zwei, eins, play. Viel Spaß, Jungs. Ich guck mir hier mal die Steine und das Gras an. Ich erinnere nochmal an Ego-Perspektive sicherheitshalber, weil ich's wieder fast vergessen hätte. Ja, mach mal. Wieso gehst du denn überhaupt raus? Das wär jetzt der Oma Shit gewesen. Der war immer mein Freund. Wenn wir mit drei Mann bei Jay im Auto gesessen hätten, wäre das nicht so toll gewesen. Ey, ich bin alle zu Arschner. Wir hatten von euch die Buderei am Sack. Moment. Hast du gesagt, Peter? Alter. Alter, Polizei. Was ist falsch mit dir? Oh nein, ey. Blöde Polizei. Jay hat Peter getötet, Jay ist gestorben. Ja, der hat mich platt gefahren. Ja, weil jetzt konnte ich... Ja, da ist mein Taxi. Oh Leute, wo fahrt ihr denn? Die machen nur Quatsch. Richtung, Richtung Venice Beach ungefähr. Ah ja. Neee. Nein, ich hab mich nicht erwischt. Korea. Er fährt Richtung... Westen dürfte das sein. Nee, Richtung Osten fährt er. Richtung Osten. Wie Richtung Osten? Oh Gott. Sorry. Wie ist denn Richtung Osten? Ich steh immer noch an der Kreuzung. Der ist gerade Richtung Venice Beach unterwegs. Du stehst hier auf der Kreuzung, der hat mich weggefahren sehen. Was denn jetzt? Der ist gerade Richtung Venice Beach unterwegs. Ja, der ist aber Richtung Westen unterwegs. Leute, der steht halt wirklich doch an der Kreuzung. Ja, meine Taxi sind nur weggefahren, weil ihr rumgeballert habt, ohne wo ich einsteigen konnte. Ich glaube, ich hab ihn getroffen. Alter, du bist wirklich... Leute, ich bin im Taxi hinterher gefahren, weil ich dachte, du wärst da drin. Okay, das ist aber schon nice. Das ist schon nice. Ey, das ist überhaupt nicht... Das hat nichts mit Veil zu tun. Ich fahr einfach einen anderen Weg. Nice. Tama Rot, du Bitch. Viel schneller hier. Guck dir das an... Ja! Haben wir dann ihn überholt? Das ist ein Witz. Komm schon! Komm schon, du kannst da drüber fahren. Das ist eine absolute Unverschämtheit. Yes, Sir! Komm schon, Taxi-Man! Taxi-Man! Das ist jetzt! Ich hab J-Mo. J-Mo steht da immer noch. Fahr doch einfach rechts weiter. Komm, du darfst doch immer rechts abbiegen. Du musst jetzt hier nicht warten. Ja, doch. Was macht er? Wieso fahr ich gerade aus? Ich fahr auch gerade aus. Scheiße, scheiße, scheiße. Wir fahren alle gerade... Blut, was macht der? Ich fahr in die Gegend! Ich fahr, Mann! Ich fahr... WTF?! Unfall! Unfall! Schwerer Unfall! Wir drehen! What?! Wir drehen! Wir drehen! Oh Gott! Was tun wir denn? Das macht er selber über die Autobahn. Natürlich! Was machen? Jetzt hat er ihn gerammt. Ach Gott! Nein! Jetzt kommt die Feuerwehr hier ganz chillt angelatscht. Ja, nice. Wo? Du gehst zu deinen Autos, die du gesprengt hast. Ja! 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 Du wiesest! Das stimmt jetzt. Eckerhaft! Er hat Champagner aufgemacht, oder was? Ja! Es war Champagner quasi! Ja! Wie ist das denn mit Ram überhaupt? Oh was! Oh kacke! Du darfst dich doch wohl wehren, oder nicht? Dann wirst du dich wohl dürfen. Ja, würde ich auch sagen. Aber schießen darf ich nicht. Schießen haben wir nie gemacht. Sehr gut, Sepp! Scheiße! Cool, Leute! Bist du Sepp? Siehst du aus wie... Alter! Warum? Ich hab die... Ich hab die Tasten durchgetestet, weil ich das Licht ausmachen wollte. Ja! Es war so krass, dass das kommt. Und hab gegen Rückstand hart. Ja! Ja! Okay, das war wirklich Jays Try, aber Bram darf natürlich weiter suchen. Mann! Das war doch nicht Absicht! Boah! Das ist lustig! Da muss ich mich auch immer zusammenreißen, nix zu sagen, weil... Ihr steht ja dann direkt neben mir, ey! Das ist halt schon echt kernbehindert, was ihr macht. Gott, Alter! Aber Bram, ich kann dir was sagen, ne? Ja, ich bin gerade an dir vorbeigefahren, wahrscheinlich als ich gewendet habe, wa? Ey, du bist aber sowas von an mir vorbeigefahren. Also 98% der Kratzer an meiner Karre sind vom Bram. Kommst du gerade hinter dem gelben Cadillac? Also... Ich hab dich einfach weggerammt. Weil ich's so getan hab, als wenn ich ein NPC wäre... Du warst das doch! Ich hab dich einfach weggerammt! Du Wichser hast mich gerade weggerammt! Ich dachte mir doch so, ja komm, weißt du halt, fahr halt, du Arschloch, du würdest das nicht bringen! Das war so geil! Und dann rammst du mich da weg! Wer ist denn der Rode? Ja, ich! Infernus! Guck mal, wo geht's denn hier rum? Ähm... Ach, hier ist wieder das Parkhaus. Ähm... Hier, du musst jetzt gerade gucken. Oh shit! Guck mal, da ist ja... Ähm... Jesus, Christian ist ja schon fast da, oder? Für meine neue Limo-Waffe haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Was ist denn passiert? Nein, der ist halt, äh... Oh lol! Hallo, Brammen! Hey! Hi! Weil der Limo hat irgendwie sich gedacht... Die Limo! Die Limo steht hier rechts auf dem Berg! Oh nein! Da war der wohl ein bisschen schnell unterwegs in der Kurve. Ey, Brammen! Ja, ey! Na? Da dachte ich, hat sich einer von euch schwarz gemacht. Und der hat sich so komisch bewegt. Und Amerika-typisch hab ich als erstes natürlich einen Schwarz erschossen. Aber der war dann wohl ein Endpizze. Ja, ich bin noch nicht so weit. Meiner ist... Ja, ja. Ja, genau! Da geht ja schon geil los hier! Drei, zwei, eins, go! Oh! Fehler macht Platz! Ach komm, als ob! Yo, Alter! Nein! Okay, meiner ist halbwegs... Halbwegs zugeschadet und überstanden. Ja, ja! Ja, ja! Ich komm auch, Freunde! Kein Problem, noch Platz für mich! Ja! Mein Fahrer ist weggelaufen! Ja, Peter! Nein! Bleib mal stehen! Mein Fahrer ist weggelaufen! Ja! Komm, gib mir Grip! Sehr gut! Also, ich bin auch... Moment, wo fällt der jetzt hin? Hey, wo ist das? Das ist... What the fuck? What the fuck? Er hätte sich doch retten können! Oh, was? Egal, ey! Komm, Versuch ist junger! Als ob er es geschafft hat! Er hat die Kurve geschafft! Er hat die Kurve geschafft! Abhang! 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 Tschüss! Ich hab ihn auch geschafft! Ich hab ihn auch geschafft! Ich hab auch die Kurve geschafft! Ja, Fehler war es immer ein bisschen! Nein! Du kannst es! Nein! Hallo! 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 Hey, was geht da? Oh gut! Yo, alles klar bei dir! Mein Schiff haut ab! Das kann nicht wahr sein, dass ich jetzt einfach daneben lege! Ja, aber hier legen sich immer alle hin! Hui! Oh, danke! Ja! Easy! Nein! Doch, du kommst doch! Ja, aber wieso ist Fram so viel näher am Ziel gespawnt als ich? Achso! Das weiß ich nicht! Ja! Ja! Moin, ey! So, und dann ab hier beeilen! Ich hab einen überfahren! Wieder! Oh, was? Ja, ist die Nummer! Beilen! Jetzt beeilen! Ähm! Ähm! Ich fahre ein! Ich fahre auch ohne Beile! Ich fahre ich! Ich fahre ohne Grund! Ich bin der Letzte! Wieso? Wieso fällt der einfach geradeaus? Der ist aber linkslang verhalten! Der Erste hatte keine Chance! Kleiner ist gerampt worden! Ich bin der Letzte! Und fahre dem hinterher! Boah! Boah! Ich glaub ich die nächste Rechtskurve, die jetzt bram... Oh nein! Oh, bram! Oh, jetzt hängen wir fest! Jetzt kommen wir... Ha! 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 Ich hab den Stein aufgemacht! Weil wir jetzt hier auf den Schwellen stehen, haben wir keinen Schwung mehr! Ha! Ich komm gleich nochmal wieder! Ey, Bram, dein Auto brennt. Ja, was soll ich jetzt noch machen? Wieso ist denn das denn direkt explodiert? Was war das denn? Alter, ist das besser. Da kommt die Feuerwehr! Ja, wo ist die Feuerwehr? Wieso geht denn jetzt alles kaputt? Wenn die Feuerwehr brennt, brennt man auf! Alter, was passiert? Die haben Stress, die Jungs, Alter. Die kamen eben schon so angeslidet und sind dann ins Reaktionsfeuer gefahren. Yo, Alter! What the fuck, ey! Feuerwehr, was stimmt denn? Wo kam der denn her, ey? Ich stehe hier die ganze Zeit nur oben. Ist das die KI? Ja, das ist die KI. In 3, 2, 1, go! Alter, der macht da gerade ein Selfie. Ach du Scheiße, jetzt hast du... Ich hab direkt zwei Sterne. Ja, ich war gerade... Oh, was? Scheiße! Scheiße! Die Feuerwehrsau... Das ist die Feuerwehrsau auf mich blüht! Die Feuerwehrsfraight, ey! Wir können doch kurz warten, hier jetzt... What the fuck? What the fuck? Ich bin da! Ja, komm! Oh, oh, oh! Ja, sehr gut, Sepp! Genau in die Ego, Sepp! Oh, was? Jawoll! Shoot on your own foot! Yo! O boş! Hey, Was fällt mir denn jetzt hier los? Wo ist den Wagen hin? Am Arsch! Der Wagen war da?! Gut, da ist der Wagen Ah, ich hab ihn gesehen, da! Ich bin tot! Fickt euch! No! Nein! Als ob der jetzt da hinten geflogen ist. Du hast die Schneise. Jane, du hast die Schneise. Ja, deine Mutter, ihr fickt dich einfach nur, ey. Wie? Warte, ich stehe jetzt wieder. Verarscht! Jetzt geht's auch schon los. Ja. Warte, jo. Jo geil. Jo. So geil. So, da kommt der nächste an. Jo. Holy shit. Das war so geil. Das war so geil. Das war so geil. Das war so geil. Jetzt ist es wieder ein Mist, das war so geil. Bis zum nächsten Mal.